Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu... Oh Gott. Eine neue Folge von Let's Play 60 Seconds. Ich hab schon mal einen Run gesucht, mit Mary Jane. Und... Ja. Ich muss mein Mikrofon einfach nochmal ein bisschen richten hier. Irgendwie. Moment. So. Jetzt. Ja, wir haben eine Gasmaske, was ziemlich geil ist. Das heißt, wir können gleich erstmal wen rausschicken. Nachdem wir ein bisschen abgewartet haben, weil's irgendwie, weiß ich nicht, wieder Versorgungsgüter oder so von der Regierung irgendwo rumliegen. Und... Nein. Den helfen wir nicht. Wir haben zwar drei Suppen und dreimal Wasser, aber... Ja. Trotzdem lieber nicht. Ähm. Okay. Kakerlaken. Alles klar. Wir haben aber kein Buch und keine Axte oder so, um die überhaupt wegzumachen. Das heißt, wir mussten da sogar nichts gegen tun. Sag ich mal. Gut, wir schicken gleich mal Ted raus. Ähm. Wir schicken Ted raus. Mit der Gasmaske. Weil's Mary Jane nämlich gleich montiert, du wirst du. Dann haben wir hier... Ja. Äh. Ja, dann haben wir eine mutierte Mary Jane. Ja, wow. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Dann haben wir die besten Chancen, dass irgendwie... Weiß ich nicht, wie den Run packen. Und... Das würde ich doch schon ganz gern schaffen, eigentlich. Und wir können halt wirklich gar nichts gegen diese Kakerlaken gerade tun, Alter. Das ist ein bisschen dumm. Äh. Bisschen doof. Okay. Naga, der uns jetzt eine Suppe klaut. Oh, kacke. Ja, okay. Komm, Mary Jane mutier. Du musst mutieren. Bitte. Der Gasmaske ist kaputt. Wir haben Wasser bekommen. Wir haben eine Taschenlampe, wie es aussieht, bekommen, oder? Was hat... Hat er... Warte mal. Ja, die Taschenlampe, okay. Der hat Hunger. Dann kriegt er Essen. Wir können eigentlich nicht Mary Jane rausschicken, erst mal. Jetzt wo die Kakerlaken schon da sind, müssen wir halt hoffen, dass sie mutiert. Der hat immer noch Hunger, ja. Äh, Mary Jane... Oh, ja. Oder? Nee, die waren schlecht, die Pflanzen. Das ist noch Fleischressen der Pflanzen. Nein. Ah, nee. Nee, nee. Kann man nicht machen. Okay. Äh. Hunger. Mary Jane. Und... Dead Hunger. Okay. Oh, ja. Ein... Teil für das... Oh, Gott. Mary Jane. Okay. Ein Teil für das Snowstone Unturned Achievement. Der hat immer noch Hunger, Alter. Komm schon. Mutier! Oh! Ich will halt Mary Jane auch nicht rausschicken. Ich bin in der Suppe. Mary Jane mutiert jetzt. Komm. 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 Ist das dein Erntel? Das kann doch nicht wahrsteigen. Oh, ja. Der Save in der Wand. Ja. Unser zweites... Ja. Zweites Event für das Snowstone Unturned Achievement. Sehr geil. Und wir haben... Was haben wir bekommen? Eine Suppe verloren. Nein! Wir müssen gleich Mary Jane rausschicken. Scheiße. Mary Jane ist krank geworden. Ja. Sollte bald was trinken. Ja, ist okay. Aber ich glaube, ich werde krank, ey. Ich glaube, ich werde krank. Och, nee. Mary Jane hat Hunger. Oh, nö. Mann, Ted ist gleich bestimmt wieder... ...wieder da. Ted hat sich bestimmt gleich wieder erholt. Hoffentlich. Hoffentlich. Komm, die Kakerlaken. Jetzt kommt schon Mary Jane. Bitte. Mutiere. Oh. Jetzt Magenknurrt. Ja, dann kriegt er das Essen. Mary Jane geht kurz ans Telefon. Äh. Okay. Nein. Was? Das wäre doch schon noch nicht unser Radio gegen ein Spielbrett. Heilige Scheiße. Nein. Das wäre dumm. Das wäre übel dumm. Okay, komm. Komm, bitte. Mary Jane. Scheiße. Okay, das ist jetzt, ähm... Äh... Ja, bisschen unlucky, würde ich mal meinen, ne? Scheiße. Aber wir können halt auch nichts gegen diese Kakerlaken tun. Wir können die ja nicht irgendwie kaputt machen. Wir haben ja nicht... Keine Axt, keine Waffe, kein Buch, nichts... Und Spray. Ja, wir sind eh schon krank. Da können wir auch so eine Pilze naschen. Ein Magenknurrt. Das ist nicht cool. Ach, Mann. Kann Ted auch mutieren? Wäre ganz cool. Aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Der Run ist... Der Run ist verloren. Der ist verloren. Ja, wir gucken. Leder Koffer. Vielleicht ist da was cooles drin. Weiß man ja nicht. Nein, es war nichts cooles drin. Okay. Jetzt können wir halt auch komplett Risky spielen. Türen öffnen, Leder Koffer öffnen. Alles. Können wir alles machen. Vor allem, weil wir halt Essen brauchen. Und die Kakerlaken machen. Wir können nichts gegen die Kakerlaken tun. Let's machen, Knurrt. Ja. Wir haben leider nichts zu essen, finde ich, Ted. Äh. Ich habe mir das Event gerade komplett nicht durchgelesen. Wow. Alles klar. Der zum Magenknurrt. Okay. Ja, wir geben ein Signal. Der zum Magenknurrt wahrscheinlich immer noch, ne? Ja. Er muss was essen, langsam mal. Okay. Das war's, Ted. Ach, Mann. Ach, Mann. Äh. War halt unlucky, ne? Übel unlucky. Dass Mary Jane nicht mutiert ist. Bei den ganzen Events. Oh, Mann. Ah. Okay. Naja, Leute. Da würde ich sagen, ich mache hier kurz einen Schnitt und wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder, wenn ich wieder eine mit Mary Jane gefunden habe. Bis gleich. So, Leute. Nice. Wir haben Mary Jane. Wir haben ein Radio und ein Medi-Kit. Und eine Waffe. Okay. Wir haben ganz gut was dabei, eigentlich. Schätze ich jetzt mal. Aber, ich weiß nicht, ob es ausreichen wird. Das ist das Problem. Ähm. Wir haben leider keine Gasmaske. Das ist vor allem ein noch größeres Problem. Wir können nicht... Nein. Nein. Gegen unseren Schlafrhythmus machen wir nichts. Das wäre bad. So, wir können eh keinen rausschicken. Ich wollte eh keinen rausschicken. Also, von daher ist es okay. Wir... Ja, jetzt kommen die Versorgungsgüter, ne? Genau dann, wenn wir keine... Äh... Gasmaske haben. Ja, GG. Ja, GG. Ach, Mann. Uncool. Ich liebe Kaffee. Ich liebe Kaffee. So, ähm. Ja, können wir nichts machen. Wir haben auch keine Taschenlampe oder so. Gar nichts. Irgendwie. Nichts, nichts, nicht noch Gutes, sag ich mal. Wird man statt der Waffe vielleicht eher das Buch gewünscht, muss ich sagen. Wäre, glaube ich... Besser gewesen. Doch, 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 doch. Ich glaube, dass wir besser gewesen. Mary Jane hat Hunger. Ich glaube, wir schicken Mary Jane jetzt raus. Wir haben ja einen Medikits. Das heißt, wir können sie saven. Und wenn sie krank wird, ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie mutiert. Keine Ahnung. Irgendwie so, glaube ich. Ähm. Jetzt mal an Knut auch. Und wir schicken Mary Jane raus. Mit nichts. Vielleicht hätte ich ihn die Waffe geben können. Aber... Aber... Nee. Egal. Egal. Dad braucht trinken. Ja, morgen... Takt 10. Yeah. Ted kriegt trinken. Spinnen. Echt jetzt? Spinnen in unserer Suppe. Das lässt Mary Jane mutieren. Ihr solltet Mary Jane nicht rausschicken. Das ist dumm. Scheiße. Mann. Sollte sie im Bunker belassen und Ted immer rausschicken. Bis Mary Jane halt mutiert ist. Mann. Äh, nein. Nein. Nein, nein. So. Der tönt sich ein paar Tropfen Wasser. Your is okay. Kriegt er jetzt nicht. Erst an Tag 15 wieder Und wo bleibt Mary Jane? Kann die mal wiederkommen? Bitte Danke Oh Und sie ist krank Und hat Essen und Trinke mitgebracht Okay Mary Jane ist ziemlich hungrig Hat sich eine Krankheit geholt Und ja Ich glaube wir saven sie auch Scheiße Echt jetzt Ach man Wir konnten nicht ans Seele von gehen Das ist bad Das ist bad Äh Ja wir müssen uns verteidigen Sonst klauen die uns wieder alles War das ne? Ich glaube es war alles Unsere Waffe ist leider kaputt Kaputt Ach man Komm jetzt kommen ein paar Events bitte Dass Mary Jane mutiert Bitte Bitte Das könnte uns so den Arsch retten So Radio hören Ja Frage 19 Okay Ich kippe ständig um Ich muss was zu trinken Ja Einen Tag Alter als ob Wie lange brauchen die beiden denn Um sich zu erholen So Mann Ich meine Mary Jane Klar Aber Ted Warum ist der denn schon wieder schippt? Er sitzt den ganzen Tag Ist das dein Ernst Ted? Ja wir machen auch Mann Ist mir egal Ja Cool Das war Nice Haha Nein Nein Oh Mann Oh Mann Hätten die uns nicht ne Axt geben können Und wieso sind die jetzt verrückt? Äh Nicht cool Ja Reden wir mit Mary Jane Damit sie vielleicht nicht mehr verrückt wird Ist Ja sie ist nicht mehr verrückt Nice Ah Nein Ich krieg meine Ärmel vor meinem Pulli nicht hoch Kremplett Hochgezogen Whatever Ah So Äh Wo ist Wasser? Für dem Wasser Ja Okay Nein Nein Das ist jetzt dumm Ja Mary Jane hat Hunger Okay Okay Ja Wir können also nur das Radio retten Also von daher Ist das okay So Mary Jane kippt ständig um Wegen Wasser Ja Ihr kriegt jetzt was zu trinken Alter Und die beiden haben sich immer noch nicht erholt Das ist unglaublich Warum? Jetzt hat er sich erholt Ne Jetzt Wow Jetzt ein bisschen spät Ich kann ihn nicht rausschicken Weil er verrückt ist Die Wahrscheinlichkeit Dass er zurückkommt Ist einfach zu niedrig Alles klar Alles klar Ich schicke jetzt Der draus kommt Ah Oder ich schicke Mary Jane raus Ich glaube das ist besser Brustendurst Ja ist okay Komm Mary Jane Geh raus Geh in die Freiheit Aber komm wieder Am besten mit Weiß ich nicht Dingen Das wird wieder kein guter Part Leute Das wird wieder kein guter Part Das Problem ist halt Dass Mary Jane nie mutiert Und die beiden verrückt werden Beziehungsweise halt Ja das Spiel spielt nicht gut mit Sag ich mal Das Spiel ist nicht auf unserer Seite Mann Mahan Dim 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 Der tat Hunger Wir haben leider keine Karte Mann Oh nein Mary No Nice Mary Jane Ich bin stolz auf dir Jungchen Du hast ziemlich viele Sachen mitgebracht Ich bin Begeistert Du hast noch einen Lederkopfer Na Wir hatten Nichts drin Doch Eine Flasche Wasser Okay Ähm Ja Es ist nicht kaputt gegangen Okay Sehr geil Ach komm Der hat eine Suppe verbraucht Zack Zack Ja Telefonzelle Okay Der Bad läuft doch länger Als ich erwartet hab Irgendwie Wer nimmt sich nochmal Äh Nicht normal Ja Wem sagst du das Obwohl der Schlaf braucht Könnte er an der Oberfläche Den Bestes geben Mary Jane stimmt Auf jeden Fall Wenn sie noch draußen geht Okay Ich schick Mary Jane glaube ich Nicht raus Nice Mein Magen knurrt Mann Ich hab Hunger Muss mir gleich Irgendwas zu essen machen Ja Wir Achso Das Militär will das sogar Nice Machen wir Ja Gut Wir müssen nur noch ein bisschen Überleben Leute Wir könnten das sogar packen Alter Was Ach du Kacke Mary Jane hat sich Ja Sie ist eh verletzt Sie ist eh verletzt Und krank jetzt auch noch Das Trinken geben Ja Später Also morgen Morgen kriegt ihr beiden trinken Dad ist auch krank geworden Warum Das finde ich nicht gut Wir bräuchten halt so langsam Ach ja wahrscheinlich Wegen der Verletzungen Ne Macht Sinn Äh Wir bräuchten halt so langsam Mal wieder neues Medikit Irgendwie mal was tauschen Bitte So Äh Was ist Ernst Unser Essen Mann Unser Essen Äh Ja 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 die geben den Reihen Äh Armen Das heißt Ja eigentlich sind wir arm Oder Ja Als ob Geil Ja Oh mein Gott Nice Nice Einfach nice Einfach nice Das ist zwar immer noch verrückt Aber Das Naja Ist halt scheiße Aber dagegen kann ich nichts machen Leider Mary Jane Mary Jane ist eh bald weg Glaube ich Schon viel zu lange verrückt Und schon Viel zu lange krank Das heißt Die ist nicht mehr lange da Wasser Hätte ich machen können Aber das Radio brauchen wir Wie Ende Ted ist auch Ted ist verrückt Zu verrückt gewesen Ne Oder Ted konnte Dem quälenden Wahnsinn Nicht länger standhalten Ja Ach man Schade Schade Ted's neues Leben Mit der Sockenpuppe Nice Okay Gut Leute Dann würde ich sagen Ich hab das Gefühl Ich übersteuere manchmal Mann Das wäre nicht gut Naja Ähm Jo Ich hoffe es hat euch gefallen Wir sehen uns bei Das Nächste Mal wieder Haut Da rein Na